Servus, Leute. Wir machen mal einen kurzen Run. Ähm, ja. Ich hab heute noch nicht trainiert. Ist der erste Run des Tages. Ah, ne, Moment. Ah, verdammt. Der Start ist schon mal super. Hehehe. Ist egal. Ob das jetzt zwei Sekunden, zehn Sekunden länger gedauert hat? Ja, es ist jetzt kein Beinbruch. Aber einen guten Itemfilter. Ist schon praktisch. Ja. Es ist schön, noch nicht zu sterben. Das war's für heute. Gott hat uns nicht verabschiedet. Die Furnace in der Slaughterhouse. Ja, das ist das, was dieser Ort schmeckt. Ich habe keine Ahnung, warum die gerade hochgelaufen ist, diese Dinger. Sie dreht ein. Die auch einfach gerade auslaufen können, ne? Ja, okay. Wegen dem... Unik... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind 3% increase Okay, Sam Das ist... 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 Das... 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 Das...